Ach du Schande. Ja, jetzt fall ich gleich nach hinten. Na Tim, ich sitz doch noch hinter dir, da kann doch nichts passieren. Keine Angst. Also wenn ich Bilder sehe, dann muss ich... Bremsen, dann musst du den zu dir hinziehen, ja? Oh ok, aber es sieht so langsam aus. Mir ist schon ganz anders hier. Ach ey. Wir haben echt nicht so viel Gas, ok? Nee, wir bremsen dann natürlich. Oh, wieso? Papa, das sind 25 Meter. Wie hoch denn noch? Papa, insgesamt müssen 25 Meter. Mach mal den Hebel ganz nach vorne. 25 Meter, Papa. Lass das hoch, oder? Ach du Schande. Wieso habe ich mich da drauf eingelassen? Ja. Das ist gefährlich jetzt. Ja, du wolltest das unbedingt. Oh oh, wir sind oben. Ist hier ein bisschen viel Gas. So, jetzt machen wir... So, jetzt machen wir... Ja, ich bremsen mal ab. Ah. Das braucht zu viel. Ich mach das am besten. Ja, bremsen, 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 bremsen. Mach mal nicht, nicht, dass wir zu schnell. Keine, bis wir ansonsten einfach fahren. Es lau lantering. Ja, wir können schon ein bisschen... Macht Spaß? Ja. Ich kann doch mal alleine fahren. Ja. Vergiss nicht zu bremsen. Dankeschön. Macht eigentlich Spaß, oder? Ja, und man weiß das gut. Ja. Du machst das toll. Oh, jetzt muss ich einfach abbremsen. Ja, kannst ruhig ein bisschen locker lassen. Ein bisschen Geschwindigkeit brauchen wir ja. Ja, komm, lass mal ein bisschen laufen hier. Das ist zu langsam. Bremsen. Lass mal laufen, da kommt schon wieder jemand von hinten. Ja. So, jetzt bremsen. Langsam. So. Nein, geht. Ja, geht. Ja, geht. Ja, geht. Ja, geht. Ja, geht.